Von allen Seiten gleichzeitig wieder, oder was? So, weg damit. Crouchen. Deckung suchen. Gegner abschießen. Boah. Noch ein Gegner abschießen. Wo sind meine eigenen Jungs? Boah, alles voll. Ich hör die noch reden. Oh, da ist auch mal wieder einer. Aber, boah. Das Vorrücken alleine ist hier schon mega schwer. Halleluja. Ich finde den Schwierigkeitsgrad hier echt, wenn das nur Soldat ist, wenn das noch die mittlere Schwier... Also nicht mal mittlere ist, dann, äh, gute Nacht. Vor allem mit mir. Beziehungsweise, dann sollte ich mich vielleicht erstmal wieder... Vorsicht, da liegt eine Granate-Kumpel. Dann sollte ich mich auf jeden Fall erstmal wieder warm spielen. Mein Gott, das geht ja gar nicht. Äh, Deckung. So. Wo sind die Gegner? Leute, hält doch mal. Und wenn du nicht dann... Dann tut irgendwas? So. Du schießt hier nicht rum. Du auch nicht. Das wird gnadenlos nach vorne gekrabbelt. Sie können einfach nichts mehr tun gegen den Krabbeln, den Infiltrator außer Granaten werfen. Und... Aber das ist auch ganz besonders... Oh, 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 oh. Olivia, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Okay. Gewonnen. Oh, oh, oh. Granate, Granate. Geht mir auf Eier. So. Ach, die hatte nur einen Schuss, oder wie? Na, Möhre. Äh. Hahaha. Man kann hier auch keinen Moment irgendwie mal chillig stehen bleiben, oder so. Die ganze Zeit. Wow, wow. Die Mönition. Flatt nach. Leg dich hin. Und wir krabbeln weiter. Ich bin immer noch der krabbelnde Infiltrator. Aua. Jetzt bin ich der wegrennende Infiltrator. Lege mich wieder hin. Jetzt bin ich auch noch verletzt. Pass auf, jetzt bin ich jeden Moment tot. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich. Ah, ah, ah. Blind und halbtot. Wie gemein. Ist ja echt ein bisschen daneben, die Mischung. Okay, da crouch schon der Infiltrator. Ist da oben wer? Nein. So. Du gehst mir auch nicht mehr auf Keks, hab ich gesagt. Langsam müssen wir mal vorrücken hier, sonst wäre das ja nie was. So, von hinten darf jetzt natürlich Gena kommen. So. Haben wir das hier? So typisch. So typisch. Ich muss vorgehen, damit das getriggert wird. Wie lange haben wir da jetzt verbracht? Mann, 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 Mann. Da kommen unsere Jungs. Das muss ich mir fürs nächste Mal merken. Uwa. Wenn ihr das alle sagt, muss ich es auch sagen. Uwa. Geht's da in die erste Etage? Okay. Ach, das sind Verbündete. Gut. Ich bin schon dreimal gestorben hier. Oh, das ist ein Best. Macht das Spaß? Nein, ich glaube nicht. Viel zu wenig Schuss alleine. Okay, könnte doch Spaß machen hier. Aber ich glaube, hier macht gerade alles Spaß, weil man schließt einfach nur Schumpf in die Menge. Also ich für meinen Teil zumindest. So, kaputt. Da hinten ist noch einer. Ey. Dank uns werden immer mehr. Oh, hast du ein Freund? Was macht ein Freund da unten? Warum freuen die auch? Die nehmen die also von unten auseinander. Sehr gut, weitermachen. Du lässt meine Freundin kriegen, ja. Du auch. Ja, ja. Sehr gut. Der Seite passiert nichts. Nur da. Ja, einfach nur suchen. Toll. Soll ich jetzt hier hin? Ja. Ich geh da mal weiter. Ich wollte zwar ne Runde helfen, aber dann halt nicht. Geh halt weiter. Na, 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 na. Zieloberhalb. Mir wird schon angezeigt, wo Khaled Arasat scheinbar ist. Oder? Nicht jetzt? Ich weiß es nicht. Ah, tage! Hüch! Hüch! Der hüpfende Bomber. Dam, dam, dam. Ihr werdet mich niemals treffen! Ah, ihr werdet mich doch treffen. Ich bin ganz schnell klein gehäxelt. Ich höre ihn. Ich habe ihn eben auch überall gehört, Fritz Bolt. Man hört ihn auch einfach überall. Scheinbar wie unten. Man hört ihn überall. Toll. Es ist eine Schleife. Das ist eine Aufzeichnung. Na, 1 zu 0 für die militärische Aufklärung. Ja, 1 zu 0 für Herr Alassar. Das ist ausgestanden. Ich habe Ebermann nur, wie Red Dog. Fernsehstation gesichert. Kein Zeichen von Alassar. Das war eine Aufzeichnung. Die Musik ist cool. Jo, er sagt, ich habe was Besseres. Er macht was Besseres an. Wir haben einen neuen Auftrag. Ausrüstung packen und bereit machen zum Abzug. Los geht's. Ja. Und ich habe noch den Fernseher kaputt gemacht. Ja. Ich bin's. Und das war jetzt irgendwie eine Scheiß-Session. Das war uncool. Ich bin schlecht. Beziehungsweise ich bin gar nicht schlecht. Aber wenn unendlich viele Gegner spawnen, ist das glaube ich auch auf Dauer witzlos. Vor allem, wenn die einem auf so einen engen Raum Raketen vor die Füße ballern. Die Kämpfe in der Hauptstadt werden verbitterter. Zug ab der Geschosse und brennende Gebäude erhellen die Nacht. Ort bestätigt. Wiederhole Plan Quadrat 5276. Ist es halt dunkel oder nicht? Was wollt ihr denn? Äh, ist zu dunkel? Äh, ist zu hell? Äh, ist zu warm? Äh, ist zu geil? Warpik direkt voraus im Wasserrufzeichen Warpik. Lieutenant Vasquez, ihre Einheit geht vor. Verstanden. Bravo ist unterwegs. Warpik soll sich bereithalten. Sind unterwegs. Warpik. Kampfschwein. Das Kampfschwein kommt. Und Lieutenant Vasquez, äh, Trupp geht vor. Da sind wir auch wieder bei. Der Summ. Tag 3. 5 Uhr. Sergeant Paul Jackson. Was hab ich denn da für ein... Ach, wie? Ist die das wieder? Ja, und die ist das wieder. Ja, ja. Ja, ich sehe Kontakt überall, wenn ihr mich fragt, um ehrlich zu sein. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich sehe überall Kontakt. Äh. Boah, die hat ein Bums, die Waffe. Ist ordentlich. Boah, und startet doch noch lauter. Mann. Hä? Hä? Oh, sie wurden durch ein explodierendes Fahrzeug getötet. Sie müssen bei Fahrzeugen aufpassen, weil sonst gehen die hoch, wenn sie neben ihnen stehen und nehmen sie mit. Aha, aha. Wie? Scheiße, weil hier stehen überall Autos. Umlustend. Das Gebäude soll unter Sperrfeuer nehmen. Wir müssen vorwärts. Okay. Die sind unschönlich. Die sind... Boah. Graf. Die sind so hart. So, drunter her und erst mal runder auswohnen. Und weiter geht. Die sind ja überall. Okay, wir müssen Feuerschutz geben, weil ich glaube, wir sind bravo. Jetzt ist gut, ja? Irgendwann reicht's doch mal. Meint er nicht? Und wer schießt mich bitte von da ab? Und ich muss bei den Autos hier aufpassen. Und wieder umstellen. Hier sollten wir runter, oder? Jetzt auf Nachtsicht umschalten. Nachtsicht. Nachtsicht. Wir sind unbesiegbar. Da sind noch Laser von den Gegnern. Das ist gut, dass man die sieht. Hallo Gegner. Warum habt ihr überhaupt Laser an? Überall sind einfach nur Laser. Guckt mal da. Die ganze Nacht wird davon vermutlich erhellt. Genauso wie von brennenden Gebäuden. Und so ein Kram. Hier sind keine mehr. Ich hab dich doch gesehen. Okay, ich glaub, es geht hoch, Jungs. Jackson, mit Roycewitz die Treppe hoch. Wir sichern den Eingang. Mit Roycewitz. Okay. Lässt du ihn wohl in Ruhe? Was war das jetzt? Ich wollte dir helfen. Hast du auch alleine geschafft, wie ich sehe. Dann halt nicht. Boah. Ah, Lieutenant Vasquez ist auch dabei. Cool. Der hat genug. Und hier welche? Nein. Gesichert. Und weiter, 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 weiter. Gibt es hier draußen was? Keine Ahnung. Da sind doch bestimmt noch ein paar Gegner. Von hinten. Und hier welche sind doch sicherlich auch welche. Ja, ist gut. Ich bin es. Ja, ja, äh, das da? Ja. Wo soll ich genau hinschießen? Und ich hoffe, meine Stimme hört man überhaupt. Das ging es ja so mega laut. Heilige. Achtung, weitere feindliche Truppen nähern sich dem Panzer. Sofort. Seid ihr Gegner? Nein, ihr seid Freunde. Verstanden, wir arbeiten dran. Over. Spiel gespeichert. Das heißt, ich habe wieder was geschafft. Hör, hör, wo muss ich hin? Sichern Sie den Abrams-Panzer. Uh, Abrams-Panzer. Panzer ist gut. Panzer macht Spaß. Panzer macht. Sicher. 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 Hä, wo kannst du denn her? Wie heißt du? Harris, der aus der Wand erschien. Nette Beinahme, findest du nicht? Wo muss ich denn jetzt hin? Hm, weiß ich nicht. Aha, aha, aha. Kann ja Spaß, ich will. Hö, 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 hö. Ja, genau. Sie nageln nicht hier einfach durch die Mauer, weil ihre Geschütze da scheinbar auch durchkommen. So, wieder einer weniger. Und wir gehen weiter. Und wir laden nach. Das ist einfach viel zu cool für die hier. Wir gehen direkt weiter. Boah, das Visier gefällt mir. Wo, ho, 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 ho. Wo, 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 Granaten. Sind die Granaten hier drin? Egal, wir gehen weiter. Wir nehmen die jetzt von ihrer eigenen Flanke auseinander. Und mich nehmen sie auch auf der eigenen Flanke. Komm, da du ich. He, he, he. Wie böse. Wie böse ich bin. Los. Weiter, 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 weiter. Wo, wo, wo. Jungs, mach mal weiter. Ach, sollen wir da hoch? Ich wollte es nie. Boah. Boah. Boah, krass. Boah. Boah. Boah.